Schlaflos, eine Dramani-Fanfiction von Lucy Lee Chan Kapitel 1 Dunkelheit umgab Hermione Granger, die im Gryffindor-Gemeinschaftsraum auf einem der Sofas saß. Das Feuer im Kamin prasselte leise vor sich hin und zeichnete zarte Schatten an die Wände des sonst leeren Raumes. Es war früher Morgen und außer Hermione hielt sich niemand in einem großen, gemütlich eingerichteten Raum auf. Leise knisterte das Feuer, als kleine, orangefarbene Funken stoben. Nachdenklich starrte die Gryffindor ins Feuer. Sie war schon seit Stunden tief in Gedanken versunken, was auch der Grund war, dass sie nicht einschlafen konnte. Ihre Gedanken drehten sich unaufhörlich im Kreis und sorgten dafür, dass der Braunhaarige schwindelig wurde. Und es waren keine Gedanken, die sie gerne hatte, denn sie dachte über etwas bzw. jemanden nach, über den sie niemals so viel nachdenken sollte. Draco Malfoy hatte sie an diesem Tag wieder einmal besonders unfair und gemein behandelt. Sein Verhalten verfolgte sie bis tief in die Nacht und hielt die junge Frau davon ab, auch nur ein Auge zuzubekommen. Seine ewigen, gehässigen Sprüche und sein abfälliger Tonfall ließen jedes Mal Wut in Hermione aufsteigen, auch wenn sie versuchte, sich nichts davon anmerken zu lassen. Sie hörte seine tiefe Stimme noch jetzt, mitten in der Nacht, während sie auf einem der Sofas zusammengekuschelt dasaß und in die tanzenden Flammen starrte. Sie hatte es eine Zeit lang versucht zu ignorieren, doch schnell war Hermione aufgefallen, dass sich das Gesagte nicht so leicht ignorieren ließ, wie sie sich das gewünscht hätte. Die Worte brannten sich, genau wie sein Tonfall, seine Stimme und sein Blick in ihre Gedanken ein und verfolgten sie in jeder freien Minute. Besonders nachts, wenn sie keine Ablenkung hatte und sich nach stundenlangem sinnlosen Herumdrehen in ihrem Bett erneut in den Gemeinschaftsraum begeben hatte, halten die Worte besonders laut in ihrem Inneren nach. Sie dachte daran, wie sehr es sie im zweiten Jahr verletzt hatte, als Draco sie zum ersten Mal Schlammblut genannt hatte. Es hatte sich für sie wie eine heftige Ohrfeige angefühlt. Nicht, weil sie den Sinn des Wortes gekannt hatte, sondern weil Dracos Tonfall wie ein Schlag in die Magengrube gewesen war, der eine Übelkeit in ihr hatte aufsteigen lassen. Sie erinnerte sich auch noch zu gut an den Ausdruck in seinen sturmgrauen Augen, als er sie so genannt hatte. Voller Abscheu und Ekel, als wäre sie etwas, das man meiden müsste. Eine ansteckende Krankheit oder ein giftiges Insekt. Das hatte ihr mehr wehgetan, als sie jedes Wort es hätte tun können, und genau das war es, was sie jetzt so sehr erschreckte. Hermione war inzwischen im sechsten Schuljahr und hatte sehr viel erlebt und durchgemacht. Sie war zu einer starken und unabhängigen Persönlichkeit herangewachsen und war inzwischen auch um einiges hübscher geworden. Sie ließ sich von solchen Beleidigungen nicht mehr beeinflussen. Das redete sie sich zumindest immer wieder ein, während sie genau aus diesem Grund wieder einmal wach lag und an die Decke des Schlafsaals starrte. Sie wollte sich damit nur selbst einreden, dass es ihr egal war, was andere von ihr dachten. Das stimmte nicht und das wusste sie insgeheim auch, aber sich eingestehen wollte sie nicht. Sie durfte sich keine Schwäche erlauben, jetzt, wo sie eine immer größere Rolle in der Zauberergesellschaft spielte, und vor allem wollte sie einem bestimmten Slytherin nicht zeigen, wie sehr es sie auch jetzt noch traf, wie er sie nannte und behandelte. Er sollte nicht bemerken, welchen großen Einfluss er auf Hermione hatte, die noch immer im Gemeinschaftsraum saß, ohne die Aussicht auf einen Stillstand ihrer sich drehenden Gedanken. Das Karussell in ihrem Kopf drehte sich einfach unaufhörlich weiter und weiter, ließ ihr keine Ruhe und keine Möglichkeit durchzuatmen. In den frühen Morgenstunden schaffte es meist irgendwann die Erschöpfung, Hermione in den tiefen, schwarzen Abgrund des Schlafes zu ziehen, währenddem sie auch wieder nicht zur Ruhe kommen konnte, weil sie von amüsiert glitzernden, sturmgrauen Augen, einem spöttischen Grinsen und einer tiefen Stimme träumte, die sie bereits die Stunden zuvor ohne Unterlass verfolgt hatten. Langsam stand Hermione auf und schlich sich zurück in den Schlafsaal. Die Dunkelheit umgab sie dabei wie die Umarmung eines alten Freundes, vertraut und doch irgendwie einsam und erdrückend. Das Geräusch des leisen Atems der anderen Mädchen im Raum beruhigte sie auf seltsame Weise und machte sie gleichzeitig unruhig. Es gab ihr ein Gefühl, als würde sie bedrängt, von allen Seiten umzingelt und beobachtet, obwohl sämtliche Augen in diesem Raum geschlossen waren. Und doch fühlte sie sich im Fokus der Aufmerksamkeit. Kurz fragte sich Hermione, ob etwas mit ihr nicht stimmte, weil die Gedanken sie zerrissen, an ihr zerrten wie kalte, tote Hände. Dann versuchte sie, ihren Kopf auszuschalten und sich in ihr Bett zu legen. Die Bettdecke lag schwer und drückend auf ihr und die Stille schnürte ihr den Atem ab, während die Gedanken sich weiterdrehten und Hermione sich nichts mehr wünschte als etwas Ablenkung, um endlich die Schwelle in den Schlaf zu überwinden und in das ruhige Meer der Träume zu fallen, das bei ihr eine aufgewühlte, sturmgraue Masse aus wilden Wogen war. Ergeben schloss sie die brennenden Augen, die vom vielen Starn in das helle Kaminfeuer tanzende, goldene Punkte in die schwarze Nacht zeichneten. Der Schlaf kam langsam mit der Erschöpfung, die sich irgendwann bleischwer auf sie legte, wie ein Vorhang aus eisernen Ketten. Endlich wurde sie davongetrieben wie ein Ast auf dem Meer, davongetragen von der Strömung, die sie immer weiter hinaus auf das offene Meer zog. Die Schwere war gleichzeitig eine Erleichterung und eine Last, denn kaum versank sie in die Dunkelheit der Träume, ergriffen die sich umeinander windenden Gedankenbesitz von ihr und rissen sie in die tiefen, bedrohlichen Abgründe der Albträume hinab. Hermione Granger saß an einem abgelegenen Tisch in der Bibliothek und sah hinaus aus dem Fenster, vor dem ein Gewittersturm tobte. Der Regen peitschte mit einer Wucht gegen die Scheiben, dass es die Gryffindor wunderte, wie diese dem Druck standhalten konnten. Wie Adern zogen sich die Spuren der Wassertropfen über das Glas und ließen die dunkle Welt vor dem Schloss verschwommen und unwirklich aussehen. Hermione mochte diesen Anblick. Während einem Sturm saß sie oft an einem der Fenster und sah hinaus. Aus einem ihr unempfindlichen Grund mochte sie das Graublau, das der Himmel an solchen Tagen annahm. Es gab ihr ein Gefühl von Geborgenheit und als wäre sie nach langer Reise angekommen. Ein Geräusch ließ sie darauf schließen, dass jemand in die sonst menschenleere Bibliothek gekommen war. Hermione konnte die Person noch nicht sehen, aber eine innere Unruhe hatte Besitz von ihr ergriffen. Sie kannte nur wenige Personen, die sich um die Uhrzeit freiwillig in die Bibliothek begaben und nur eine von ihnen hatte einen so federnden, kaum hörbaren Schritt. Die Person bog um das Regal herum und sah sie aus sturmgrauen Augen an. Draco Malfoy. Hermione unterdrückte ein leises Seufzen. Sie kannte diese Begegnungen bereits. Kaum sah der Slytherin sie, wurde sein Blick hart und seine Augen kalt. Festpresste er dann seine Kiefer aufeinander, sodass man seine Kiefermuskeln deutlich sehen konnte. Hermione sah bewusst weg. Sie versuchte so, dem Blonden keinen Anlass zu geben, überhaupt mit ihr zu sprechen, denn wenn er es tat, dann nur, indem er sie beleidigte und verletzte. Granger, begann er da bereits und die Angesprochene versuchte, ihn einfach zu ignorieren. Sie hatte die leise Hoffnung, dass er dann vielleicht einfach verschwinden würde. Draco tat ihr den Gefallen nicht. Schau mich gefälligst an, wenn ich mit dir spreche, du dreckiges Schlammblut! Spieh ihr entgegen und Hermione musste hart schlucken, bevor sie langsam und bewusst gleichgültig zu ihm sah. Was willst du, Malfoy? fragte sie und sprach seinen Namen dabei aus, als wäre er etwas, das sehr schlecht schmeckte. Draco musterte sie einen Moment lang und kurz wirkte sein Blick anders, beinahe warm, was Hermeines Gedanken durchdrehen ließ. Doch dann war es verschwunden und an seiner Stelle trat erneut ein Ausdruck absoluter Abscheu und Abneigung. Verschwinde! Du verpestest die Atmosphäre der Bibliothek! meinte er nur und sah dann weg. Fassungslos starrte Hermione den Slytherin an, während Tränen in ihren Augen aufstiegen. Die Bibliothek ist für alle Schüler da, murmelte Hermione erstickt und lange nicht so fest, wie sie es sich gewünscht hätte. Die Bibliothek ist für Schüler da, die es verdient haben, hier zu sein, für Reinblüter, nicht für jemanden wie dich, spuckte er ihr förmlich vor die Füße. Hermione begann zu weinen, packte ihre Bücher zusammen und presste sie fest gegen ihre Brust, die so sehr schmerzte, dass ihr den Atem raubte. Hermione wachte zitternd auf, Tränen standen in ihren Augen. Hastig wischte sie diese weg und stand auf. An Schlaf war jetzt nicht mehr zu denken. Schnell zog sie sich an und schlich aus dem Schlafsaal. Die Unruhe trieb sie aus dem Gryffindor-Turm in die Gänge und schließlich hinaus auf die Ländereien. Der Mond war durch die Wolken kaum sichtbar. Das Grau der Wolken erinnerte sie erneut an Draco Malfoy und brachte damit die Gedanken an diesen zurück, die sie versucht hatte, aus ihrem Kopf zu verdrängen. Leicht schwankend lief sie hinunter an den Schwarzen See, der seit einigen Monaten ihr Rückzugsort in der Nacht war. Der See verschlang sie und ihre Gedanken. Manches Mal war sie einfach in das Dunkle nass gelaufen, bis es über ihr zusammengeschlagen war und sie mit seiner schneidenden Kälte klarer gemacht hatte als die letzten Stunden. Auch in dieser Nacht zog das Wasser sie beinahe magisch an und so setzte sie ihre nackten Füße voreinander, lief in die Fluten, die sanft und lockend ihre Füße umspielten und dessen Kälte sie kaum spürte, weil ihre Gedanken sie davontrieben und sie nicht mehr um sich herum wahrnehmen ließ. Sie dachte an Draco Malfoy, sie dachte an seine furchtbaren Worte, an ihren Traum, der ihr nur eine der vielen unangenehmen Situationen vorgehalten hatte, die sie Tag für Tag durchlebte. Sie dachte an seine tiefe Stimme, die trotz der furchtbaren Schärfe und der schlimmen Dinge, die sie sagte, noch immer eine angenehme Gänsehaut bei ihr hervorrief und ihren Verstand in den Abgrund stürzen ließ. Sie dachte an diese Augen, die sie immer wieder mit diesem abschätzigen, fast schon körperlich schmerzenden Blick ansahen und doch das Schönste waren, dass ihr einfallen würde, würde man sie danach fragen. Sie mochte diese Farbe, die sie mit so vielen Dingen verbannt und die sie eigentlich abschrecken müsste, weil sie zu Draco Malfoy gehörte, der sie immer wieder mit seinen Worten und Taten verletzte und doch war auch genau das der Grund, warum sie diese Farbe so mochte. Sie gehörte zu Draco und was zu ihm gehörte, mochte Hermione, so seltsam und irrational das auch war. Sie wollte ihm gefallen, sie wollte, dass er sie anerkannte, dass er sie annahm, so wie sie war und tief in ihrem Inneren wusste sie, dass der Wunsch nach Anerkennung, ausgerechnet von ihm, vollkommen sinnlos war, weil er sich niemals erfüllen würde. Für ihn würde sie immer das dreckige, wertlose Schlammblut bleiben, dass sie schon immer für ihn war und egal wie sehr sie sich verbiegen würde, es änderte nichts an dem, was sie war. Traurig starrte Hermione gerade aus, als sie den letzten Schritt in die Tiefen des Schwarzen Sees tat und von der schwarzen Oberfläche verschlungen wurde, wie von einem hungrigen Tier. Das Wasser bewegte sich noch einen kurzen Moment, bevor es wieder vollkommen still war und nichts mehr erahnen ließ, dass Hermione hineingetaucht war. Die Kälte klärte Hermionis Gedanken vor sie ein und brachte sie dazu, ihren Verstand wieder von den Gedanken an Draco Murphy loszureißen, die sie nur weiterhin gequält hätten, weil sie zu nichts führen konnten und ihr nur weiterhin Schmerz verursachen würden. Sie blieb so lange unter Wasser, bis ihr der Atem knapp wurde und sie sämtliche Gedanken in den hintersten Winkel ihres Kopfes verbannt hatte. Sie durfte sich nicht immer wieder von den Gedanken herunterkriegen lassen, die sie immer wieder aus dem Schlaf rissen oder sie gar nicht erst in diesen abdriften lassen wollten. Sie durfte nicht mehr an ihn denken, verbat sich sämtliche Gedanken an den Blonden und seine Worte und vor allem an seine Augen, die sie so sehr mochte. Als sie aus dem Wasser stieg, hatte eine seltsame Leere sie erfüllt und verdrängte jeden Gedanken, der versuchte, sich in ihren Kopf zu schleichen. Sie baute eine Mauer um ihre Emotionen und ließ nichts mehr hinein, das mit Draco Murphy zu tun hatte. Zumindest war das ihr Plan. Dass dieser Plan zum Scheitern verurteilt war, hätte Hermione bereits wissen müssen. Schon einige Stunden später saß sie im Unterricht und versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie müde sie durch den ständigen Schlafmangel war, als niemand anderes, als Draco Malfoy sie ansprach. Hey Granger, du siehst aus wie eine Leiche, höhnte er und versetzte der Mauer um Hermione einen heftigen Stoß, der sie zum Schwanken brachte. Hermione sah nicht zu ihm, versuchte nicht hinzuhören, und doch konnte sie nichts dagegen tun, wie sie dachte, dass es seine Schuld war, dass sie so aussah. Kennst du kein Make-up? fragte nun einer seiner Gorillas gehässig. Das ließ Hermione wie eigentlich immer kalt. Das Einzige, was sie wirklich traf, war, wie schlecht Draco von ihr dachte. Wie die anderen über sie dachten, war ihr ziemlich egal. Da ist doch sowieso nichts zu retten. Hässlich bleibt hässlich, lachte Draco hinter ihr, und Hermonis Herz fühlte sich an, als würde Dracos große Hand es langsam und qualvoll zerquetschen, denn er hielt es in seinen Händen und wusste es nicht einmal. Hermione kämpfte mit den Tränen, sie war noch nie wirklich selbstbewusst gewesen, und gerade diese Aussage von Draco traf sie härter, als sie es hätte zulassen dürfen. Sie erinnerte sich noch, wie sie es einmal gewagt hatte, ihre Wut und Verletzungen ganz offen zu zeigen. Das war das Schuljahr gewesen, in dem Draco wegen ihr einen Nasenbruch erlitten hatte. Es hatte gut getan, und gleichzeitig hatte es sich doch so falsch angefühlt, hatte sie doch eigentlich viel lieber etwas anderes getan. Was wohl geschehen wäre, hätte sie ihn damals geküsst. Vermutlich wäre dann sie diejenige mit dem Nasenbruch gewesen. Draco ließ sich doch nicht von einem Schlammblut küssen. Stumm liefen die Tränen über Hermanis Gesicht. Sie versuchte, sie hinter ihren wilden Locken zu verstecken. Niemand durfte sehen, wie vieles ihr wirklich ausmachte, was Draco zu ihr sagte. Sie musste sich wieder beruhigen und ihre Gefassung zurückerlangen, bevor jemand ihren aufgewühlten Zustand entdeckte. Niemand, nicht einmal ihre besten Freunde wussten etwas über das Chaos und ihre Schlafprobleme. Sie wollte niemanden damit belasten, und gleichzeitig wollte sie sich auch nicht den vielen Fragen stellen, die unweigerlich auf ihr Geständnis folgen würden. Sie wollte sich nicht den bohrenden Fragen und Blicken stellen. Ihre Tränen versteckte Hermione hinter einem Vorhang aus Locken, sodass niemand sehen konnte, wie es wirklich in ihr aussah. Denn was Draco sagte, tat ihr sehr weh und würde jemals herausfinden, dass sie sich von Draco so beeinflussen ließ, würde wohl auch bald herauskommen, dass sie Gefühle für ihn hatte, so unverständlich das auch selbst für sie war. Sie konnte es noch immer nicht verstehen, Draco war gut aussehend, keine Frage, aber er war nicht der Typ Mann, in den man sich verliebte, schon gar nicht sie, und doch konnte sie nichts daran ändern, dass ihr Herz regelmäßig raste, wenn er sie ansah. Auch wenn es ein Blick voller Ablehnung war, aber immerhin beachtete er sie. Die Aufmerksamkeit, die sie von ihm bekamen, war zwar negativ, aber besser als gar keine. Einige Stunden später saß Hermione beim Abendessen, wieder einmal so, dass sie zum Slytherin-Tisch schauen konnte, und wieder einmal lag ihr nachdenklicher Blick auf Draco Malfoy, der gerade genauso nachdenklich aussah. Sie fragte sich kurz, was wohl in ihm vorging und ob er vielleicht an sie dachte, aber der Gedanke war so abwiegig, dass sie ihn sofort wieder verwarf. Pansy redete auf Draco ein, der sie nur kurz ansah und sie dann scheinbar ignorierte, während er in seiner Kürbissuppe herumrührte. Es war seltsam, wie Hermione sich jede Bewegung einprägte, die er machte, aber nur so fühlte sie sich ihm verbunden. Ob er wohl auf Mädchen stand, die es ihm leicht machten, oder ob es ihm egal war, solange sie ein Reimblut war. Es spielte eigentlich keine Rolle, denn Hermione würde niemals eine Chance bei Draco haben. Sie war ein Schlammblut und konnte daran nichts ändern. Es wäre dumm, etwas anderes zu denken. Früher hatte sie sich eingeredet, dass sie auch als Frau nicht attraktiv genug wäre, aber jetzt war sie überzeugt, dass es nicht an ihrem Aussehen lag. Sie bekam viele, sehr eindeutige Angebote von Ravenclaws und Hufflepuffs, aber auch von dem einen oder anderen Gryffindor. Sie nahm nie eines davon an. Sie hätte sich nicht darauf einlassen können, und wenn doch, hätte sie nur an Draco denken müssen. Und so vergrob sie sich jeden Tag mehr in ihrer Einsamkeit und dem Gedanken, dass sie niemals gut genug sein würde, einfach weil sie niemals ein Reimblut oder wenigstens ein Halbblut sein würde. Draco sah auf. Sein Blick wanderte kurz zu Hermione, blieb aber genauso verschlossen und undurchdringlich wie sonst auch. Er wirkte bleich und müde, ob er wohl auch schlecht schlief. Irgendetwas schien ihm in letzter Zeit zu beschäftigen, aber außer ihr schien es niemanden zu bemerken. Es wunderte sie etwas, dass seine Freunde nicht das sahen, was sie jeden Tag sah. Draco wirkte, als würde er eine tonnenschwege Last tragen, die ihn immer mehr niederdrückte und drohte ihn zu zerquetschen. Aber sie konnte nichts tun, sie konnte ihn nicht trösten, ihm keine Kraft geben, sie konnte ihm nicht einmal ein Lächeln schenken, weil er es verabscheuen würde und doch wünschte sie sich nichts mehr, als für ihn da zu sein, auch wenn er sie so schlecht behandelte. Sie wünschte sich jeden Tag, es wäre anders, er wäre ihr egal, aber sie konnte an ihrem Gefühl nichts ändern. Sie liebte ihn und das würde sie auch immer tun, egal was geschah.